Völlig irre, einfach am Freitag 1,4 Millionen Leute in Deutschland auf der Straße, für Klimaschutz, für bessere Politik, die unsere Welt wirklich erhalten muss. Ja und parallel dazu verabschiedet die GroKo ein Pseudopaket und feiert sich noch dafür. Ey, das ist völlig irre einfach, also dass man das so ernst nehmen kann und dann noch feiert so, ja, das haben wir wegen euch gemacht, weil ihr auf die Straße geht. Das ist doch ein völliger Humbug. Aber es heißt, dass wir wirklich echt handeln, mit vernünftigen Maßnahmen, die auch wirklich was bringen. Ja und da muss jetzt halt auch im Bundestag was passieren. Und das ist einfach was passiert, das reicht nicht. Und die Parteien, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die tun nicht das, was sie brauchen, die setzen sich nicht dafür ein. Und gerade die GroKo, das kannst du knicken, das muss weg. Und genau da steckt jetzt DIP ein. DIP steht für einen sozial gerechten Klimaschutz durch BürgerInnenbeteiligung. Denn Demokratie und Klimawandel sind nicht getrennt, die gehen Hand in Hand. Genau, wir brauchen einen System-Change. Wir müssen das System verändern, damit sich auf der Welt was verändern, damit wir den Problemen, auf dem wir leben, die Orte, die wir lieben und das Umfeld, das wir so schätzen, halt langfristig für uns haben und für die Leute, die wir kennen. Verteidige Hänge 0,7 30 0,7 0,9 0,8 0,0